Dieser Ford Transit System steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,9 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Die999 Co within entitled Bei mir. Besch examples Ködler.hi 4 digitaleousse중에 Mitst�� castleowie. 4uglequ thunder. 5. aj'm not. 4N tre가. 4NK. 9W. 7W. 22W. 8W. cetW. 7W. 2W Giul.